Zu häufig wird mir erzählt, ich habe mich so verknallt, es ist so wunderschön, aber plötzlich hat dieser Traumfrau, dieser Traummann, diese Traumfrau nicht mehr auf mich reagiert. Ich habe keine Ahnung, was los ist und was ich tun kann. Und ich weiß schon, was jetzt das Richtige wäre. Die große Frage ist, wieso ist das passiert und kannst es vielleicht noch retten, kriegst du es hin. Mein Name ist Manuel Albert, ich bin Beziehungscoach. Seit Jahren helfe ich Menschen, ihren Ex zurück zu erobern, aus der Friendzone zu kommen oder glücklichere Beziehungen zu führen. Tja, wir haben also uns verknallt. Es gibt jemanden, den wir toll finden, jemanden, den wir großartig finden, den wir gut finden. Und natürlich macht unser Herz einen Sprung. Und ich werde mal direkt in ein, zwei Beispiele reinspringen. Dann werde ich ein bisschen beleuchten in dem Video. Warum das passiert? Was ist da der Grund? Warum können wir jemanden kennenlernen, der an sich vielleicht toll zu uns passt? Und plötzlich reagiert er nicht mehr so. Plötzlich schreibt er nicht mehr oder schreibt sie nicht mehr. Und wo ist dann der große Fehler, wo ich sage, höre auf. Bitte, bitte höre auf, ihm hinterherzulaufen. Und vor allen Dingen, was ist Hinterherlauf, muss ich erklären. Und was tun wir bitte, bitte stattdessen unbedingt? Ich hoffe, ich kann dir mit diesem Video helfen. Schau es dir bis zum Ende an. Gerade am Schluss kommt für mich das, was ganz wichtig ist, was aber nur funktioniert, wenn du natürlich auch weißt, was da los ist und gegen welche Kräfte in dir du auch teilweise erfolgreich kämpfen musst, damit du die Kurve bekommst und deinen Traummann, deine Traumfrau vielleicht doch noch erobern kannst. An dieser Stelle erstmal, das ist wieder ein Live-Video. Ich werde natürlich am Ende für alle, die jetzt live dabei sind, noch zwei, drei Fragen von euch beantworten. Als kleines Dankeschön. Und ansonsten natürlich freue ich mich über Kommentare, Fragen. Wir gehen die immer durch. Like das Video. Vielen Dank für die ersten Likes an dieser Stelle. Und für alle, die den Kanal nicht abonniert haben, wir werden hier die verschiedensten Themen behandeln. Den siehst du auch von Ex zurück, Traumfrau, Traummann, raus aus der Friendzone, narzisstische, toxische Partner. Abonnier den Kanal, mach die Glocke an, damit du kein Video verpasst. Was ist passiert in unserem ersten Fall? Sie ruft mich an. Wir reden abends. Sie ist eine unglaublich attraktive Frau. Total heiß. Sie könnte tausende Typen haben. Und sie erzählt mir, sie hat endlich wieder einen getroffen, wo es bei ihr so ein kleines bisschen gekribbelt hat. Wo es einfach gepasst hat, wo einfach eins zum anderen so schön geklungen hat und einfach so die Energie so richtig zwischen den beiden sich aufgebaut hat. Und ein Teil von mir denkt noch, ach wie schön, ach traumhaft, ach ist das cool. Und ein anderer Teil denkt schon, oh sie ist so ein bisschen viel am Schwärmen, so ein bisschen, ein bisschen zu stark am Schwärmen. Wird das nicht noch so ein kleines, hohles Ende haben? Sie ist so angefixt und so angekickt, sehe ich da hinten schon nicht das Licht am Ende des Tunnels, sondern sehe ich da nicht schon einen Tunnel auf sie zukommen, in dem sie alleine, ich habe so ein anderes Bild, weißt du, wenn Flugzeuge zu hoch fliegen, dann können sie aus der Atmosphäre rausfliegen und verlieren sich im All. Und da hängen sie dann und haben jegliche Nähe zu dem anderen Flugzeug, mit dem sie eigentlich zusammenfliegen wollten, verloren. Und genau so war es. Meine kleine schlechte Befürchtung hat sich natürlich bewahrheitet. Eine Woche später kam der Anruf, Immanuel, ich verstehe es nicht, aber irgendwie, jetzt ist er irgendwie ganz komisch, er musste nochmal so zurück, hat noch irgendwie so ein paar Sachen zu klären gehabt, meldet sich nicht. Genau dasselbe und die Geschichte, die ich lustigerweise in drei Varianten in dieser Woche alleine gehört. Eine andere, ich habe jemanden auf der Dating-Plattform kennengelernt, es hat so geklickt und wir haben so intensiv geschrieben. Also 20 Nachrichten reichen nicht einmal, 50 Nachrichten reichen nicht pro Tag, also keine Ahnung. Und dann sind wir natürlich eingestiegen, ich habe gedacht, oh, jetzt kommt, jetzt wird es ein bisschen hot. Und natürlich, wir sind eingestiegen, so ein bisschen Sexting, liebe Grüße an alle, die jetzt dabei sind. Vielen Dank für alle, die das Video gleich mit einem Like unterstützen. Und sie haben angefangen mit Sexting. Ja, das ist halt heutzutage so, wer hat nicht schon irgendwie mal irgendwo eine kleine Andeutung geschrieben? Und gerade wenn man sich auf einer Dating-Plattform kennenlernt und das sich dann so hochspult, so schön, so cool, dann will man ja immer so eins weiter. Man hat sich noch nicht gesehen, vielleicht ist ein bisschen Abstand dazwischen, vielleicht müsste man eine Stunde fahren, vielleicht hat es einfach nicht gepasst oder man ist einfach noch nicht dort, wo man sagt, ja, komm, lass uns gleich treffen, weil wer macht das schon, wer trifft sich auch gleich. Also Sexting, so vielleicht ein Bildchen oder auch wenn du jetzt hier wärst, das ist dann. Und dann gehen die so ab durch die Decke und bei dir denken sie sich so, next level und next level. Und dann kommt es, so häufig gehört, hey, ich wundere mich jetzt gerade so ein bisschen, weil wir hatten diese Intensität, aber jetzt zwei Tage hat er gar nicht geschrieben, hat sie gar nicht geschrieben, hat sie nicht mehr reagiert. Ich weiß selbst, wie es war, im Club, ich spreche sie an und wir hatten, es war so, es war so cool, es hat gesagt, wow, wo kommt denn die her, das war ja wie in meinem Leben gezaubert, so wie magisch. Und dann kamen ein paar Freunde von ihr und sie hat mich noch allen vorgestellt, ganz begeistert, das ist der Mann und ich habe irgendwie so gemerkt, so irgendwie ist sie jetzt nicht mehr so mit ihrem Fokus so schön bei mir, sie hätte dich auch begrüßen können und einfach gleich wieder weiterlaufen lassen können. Was ist jetzt das Problem? Sie brechen uns weg. Sie brechen uns weg. Und das Erste, was für mich ganz wichtig ist, ich muss erst mal verstehen, warum ist das so? Wie kann mir denn jemand wegbrechen? Und wir haben einfach eine andere Zeit. Früher sind Paare einfach zusammengeschweißt worden. Da ging es gar nicht. Du konntest gar nicht mehr mit diesen Kindern dich einfach mal so trennen und sagen, weil es gab ja auch keine Verhütungsmittel. Also wenn man es da ernst gemeint hat, dann wurde man richtig hart eingetütet. Also da gab es dann gleich den Ring, auf immer sie zu binden, der eine Ring sie zu finden, auf immer zu binden. Und da war einfach Sünde. Man konnte auch gar nicht irgendwie, das heißt, ausprobieren oder einfach dann wieder gehen. Das heißt, die beiden waren fest zusammen. Heute haben wir eine andere Zeit. Wir haben eine andere Zeit. Früher waren es ganz kleine Gruppen. Da hat man irgendwie so mit 20, 30 oder 100 oder so in so einer dorfartigen Gemeinschaft gelebt. Da kannte man sich sowieso. Da war es halt viel klarer. Aber heute haben wir diese Möglichkeiten, diese auf der Dating-App, zack, beim Weggehen. Ich kann so viele Leute kennenlernen. Ich kann einfach eine neue Stadt ziehen. Wir sind in einer ganz anderen Zeit. Und ich kann jederzeit gehen. Und das musst du dir ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen, damit du verstehst, wohin es geht. Du musst erst mal verstehen, ich kann jederzeit gehen. Und hey, der andere kann auch jederzeit gehen. Und mein Bild ist immer so, früher wurden wir zusammengeschweißt, so richtig so mit Stahl, so festgeschraubt. Und heute sind wir eher wie Magnete, so plopp. Aber ein Magnet kann ich auch einfach wieder trennen. So ein Kühlschrankmagnet kann ich auch wieder abziehen. Plopp. Und jetzt ist das Interessante. Wir sind so ein bisschen sensibel. Und wir sind so ein bisschen sensibel. Ist der andere Partner wirklich gut für mich? Bist du wirklich die Richtige für mich? Bist du der Richtige für mich? Haben wir dieses Level, wo aus uns beiden eine tolle Beziehung werden kann? Haben wir das? Weil wir spüren es. Die Verknalltheitshormone sind so da. Und es ist alles so ein bisschen da. Und wir sind so ein bisschen am Punkt. Und wir merken es auch. Und wir fangen an zu fokussieren. Unsere Augen werden irgendwie. Alles verändert sich. Unsere ganze Physiologie verändert sich. Wir kommen dieses Tusch. Der andere auch. Und es klickt. Und jetzt kommt es. Ganz hinten ist immer noch die große Frage. Bist du wirklich der Richtige für mich? Bist du der Richtige? Passt das? Könnte nicht vielleicht jemand Besseres für mich sein? Oder jemand Schlechteres für mich? Da bist du vielleicht doch jemand Schlechteres? Und diese Frage, die die ganze Zeit hinten mitläuft, die läuft hinten eiskalt mit. Die läuft eiskalt mit. Wir sind einfach Überlebensmaschinen, die seit Jahrtausenden eins im Griff haben mussten. Wir mussten erfolgreich Kinder kriegen. Und diese Kinder mussten idealerweise stärker sein als wir. Und das geht am besten, wenn ich jemanden habe, der zu mir passt und zu dem ich einen Hauch aufschauen kann. Ein Hauch wäre schön hier und da. Oder mindestens die Person ist wie ich. Was war passiert mit meiner guten Bekannten und mit der anderen und mit der Kundin, mit all diesen und mit mir selbst? Was war passiert? Wir waren da draußen. Wir haben aufgemacht. Unser Herz ging auf. Die Augen gingen auf. Und der andere hatte so einen kleinen Hauch, so einen kleinen Zweifel. Bei ihm kam der kleine Zweifel zuerst. Die kleine Frage, ob es doch passt. Und es gab so einen klitzekleinen Moment, wo er vielleicht in dem Gespräch gesagt hat, Hey, übrigens nächste Woche habe ich total Stress. Und sie hat gesagt, ja, ja, ich habe nächste Woche auch total Stress. Und deswegen werde ich wahrscheinlich so ein bisschen landunter sein. Ich muss mal schauen, wie ich mich sortiere. Aber hey, für dich habe ich immer Zeit. Hör auf meine Stimme. Die Stimme ist jetzt schon von ihm so ein bisschen kühl, so ein bisschen cool. Sie ist noch darauf gesagt, hey, natürlich, gar kein Problem. Ihre Stimme ist noch excited, angeregt, aufgeregt. Sie ist noch da, wo sie sich auch darauf freut, dass sie endlich einen gefunden hat. Sie in ihrem Kopf erzählt schon ihren Freundinnen davon, dass sie ihn kennengelernt hat. Er in seinem Kopf denkt sich, oh, ist das nicht vielleicht ein bisschen, passt es so? Weil gerade kriege ich so einen Hauch von Zweifeln. Und er verpackt die Zweifel natürlich wie, hey, wir sind noch gut erzogen. Er verpackt die Zweifel in schöne, weiche Worte. Natürlich, ach Quatsch, wir beide wären natürlich auch, Mensch, so schön wie der Abend war. Ich habe ja lange keinen so schönen Abend mehr gehabt. Da werden wir ja noch bestimmt einige schöne Abende erleben. Und auf die freue ich mich schon. Und anstatt, dass sie hört, dass seine Stimme schon wegbricht, ist sie noch dort, wo sie hört, einige viele Abende, auf die ich mich freue. Und wir packen, und das ist das große Problem, wir packen mit unserer Wahrnehmung eiskalt die Sachen raus, die wir hören wollen. Und wir ignorieren eiskalt die Sachen, die nicht zu unseren Emotionen passen. Der eine Freund, der vor zwei Stunden beim Weggehen und da draußen gesagt hat, hey Leute, ich bin so ein bisschen müde. Aber es ist schön, dass wir mal wieder zusammen unterwegs sind. Was höre ich? Schön, dass wir wieder zusammen unterwegs sind. Alle, die auch keinen Bock mehr haben, hören was ganz anderes. Die hören, hey, ich bin langsam ein bisschen müde. So unterschiedlich sind die Welten. Und was jetzt diesem Paar leider passiert ist, es kippt. Und jetzt kommt der große Fehler, was wir machen und dann, was du stattdessen unbedingt tun solltest. Wie reagierst du? Wie reagiere ich? Ich habe mit Mitgefühl reagiert. Wir reagieren mit Mitgefühl. Mit Gefühl, der Typ hat mit ihr geschrieben, über Sex und alles wunderschön. Und sie hat geschrieben, dann ist er weggebrochen, zwei Tage. Und dann schreibt sie, als er sich das erste Mal meldet, hey, kein Problem. Sie ist da, wo sie mit Mitgefühl reagiert. Mitgefühl heißt, hey, das macht doch nichts. Ich halte den Kanal von uns doch noch offen. Mann, ist doch klar. Hey, du darfst mal zwei Tage weg sein. Hier in dem anderen Fall. Ach Quatsch, du warst doch jetzt erst mal kurz verschluckt von der Erde. Natürlich, schön, dass du wieder da bist. Er schreibt mir wieder, wunderbar. Nee, gar kein Problem. Ich war doch auch ziemlich busy. Ich weiß noch, da standen diese Typen hier gegenüber. Und ich bin so hingegangen und habe gedacht, komm, jetzt legst du noch mal den Arm drum. Weil wir waren schon so weit. Wir hatten schon total süß und intim getanzt. Ich klebe mir den Arm um sie nach dem Motto, hey, ich bin noch da. Quatsch ruhig mit dem Typen, aber hier, du hast mich sicher und so weiter. Und irgendwie habe ich nur gemerkt, es hat sich so komisch angefühlt. Der Arm hat sich so schwer angefühlt. Jeder weiß es. Du hast es selbst schon mal erlebt. Du bist jemandem begegnet und es war so süß. Und dann bist du zuerst weggebrochen. Weil innen drin bei dir irgendwie ein kleiner Check war, der gesagt hat, ah, ich weiß nicht. Und der andere ist einfach in seinem Traumschiff weitergeflogen. Einfach. Und du hast noch gedacht, schön, irgendwie süß für meinen Ego. Es tut mir auch gut, wenn man so ein tolles Kompliment bekommt. Vielen Dank für die neuen Likes an der Stelle. Es tut mir auch gut, wenn ich so ein Kompliment bekomme. Aber eigentlich baue ich innerlich schon ab. Und dann, nach den ersten kleinen Luftlöchern, fange ich an und mache jetzt den großen Fehler und denke, ich muss, nächster großer Fehler nach Mitgefühl, nächster großer Fehler, ich muss jetzt Energie reinlegen, um zu zeigen, ich bin doch noch da. Ich schreibe morgens, wie geht es dir? Na, immer noch so viel Stress. Er braucht zwei Stunden, um zu antworten. Ganz schlechtes Zeichen. Ich habe dann mit den Dudes gelacht und zwischendurch wieder ihr so diesen Blick zugeworfen. Na, war schön, dass wir eben getanzt haben. Und sie hat schon gar nicht mehr auf das Tanzen reagiert. Sie hat schon geschaut, wie jemand, der sich dachte so, Dude, get alive. Ja, Tanz ist vorbei. Ich habe jetzt hier meine Kumpels. Und jetzt seid ihr sechs Jungs. Und ich habe auch gedacht, fuck, warum sind wir jetzt sechs Jungs? Das ist nicht gut. Aber hey, es war doch eben so schön. Das heißt, wir haben jetzt das große Problem, wir geben Gas. Und jetzt kommt das Ding, wenn ich mal sage zu ihr oder zu irgendjemandem oder auch zum Kumpel von mir, der sich immer so unglaublich in Typen verliebt hat, in Frauen verliebt hat in dem Fall. Oder auch anderer Kumpel, der sich unglaublich in Typen verliebt hat. Und dann hat der immer so geschwärmt, oh, der war so toll, der war so. Und der andere Kumpel, oh, die war so, das war die Prinzessin Immanuel. Ich würde die so gerne vorstellen. Und wenn ich jetzt sage, hey, hör auf, ihr hinterher zu rennen. Hör auf, ihm hinterher zu laufen. Dann sagen die immer dasselbe, ich laufe dem doch nicht hinterher. Und jetzt kommt eine wichtige Lektion. Was ist denn hinterher laufen? Läufst du hinterher? Schreibst du von morgens bis abends Texte? Nein. So dumm ist fast niemand. Okay, mir ist es mal passiert. Aber das macht man fast nicht. Nein, natürlich nicht. Man hält sich zurück. Aber es sind jetzt diese klitzekleinen Zeichen, mit denen du dich verrätst. Die Augen, die immer sofort so weich sind. Du schaust nicht langsam zu ihm. Dein Kopf ist sofort hier. Viele von solchen Sachen habe ich übrigens in meinem Flirt-Ratgeber. Findest du unten in dem Kommentar. Ich will aber auf den anderen Ratgeber hinaus nicht, auf den Text-Ratgeber. Aber im Flirt-Ratgeber, da sind solche Sachen drin. Die Augen, das Lächeln, zack, der Bewegung. Wenn die Person dir schreibt, du schreibst zu schnell. Hinterherlaufen sind diese Mikrobewegungen, wo wir, die wir alle noch Säugetiere sind. Wir sind ein Rudelwesen. Wir sind hier draußen. Wir sind in einem Rudel. Du bist in einem Rudel. Im Rudel weiß jeder, wie es dir geht. Die Leute, die dich kennen, wissen, dass du schlecht drauf bist. Oder gut drauf bist, selbst wenn du Schauspieler hast. Wir kriegen einfach diese Mikrobewegungen im Gesicht mit. Wir kriegen das mit in der Stimme. Und der andere kriegt mit, du bist noch da. Du reagierst zu schnell. Du bist zu freudig. Sie macht eine Sprachnachricht. Ach ja, Mensch, bei mir ist viel los. Da ist schon dieses tatatatatata. Er macht eine Sprachnachricht. Ja, schade und so. Bei mir gerade irgendwie viel gedämpfter. Hinterherlaufen. Natürlich läuft da keiner hinterher. Das wäre super lustig. Sie packt dann ihre zwölf Zentimeter Highheels aus und rennt den Typ auf einer Party hinterher. Oder hier der Typ, der sich so verliebt hat. Die eine, der rennt dann die ganze Zeit um sie rum. Mein Gott, ich würde gleich hinterher rennen. Da muss man dabei sein. Das wäre lustig. Aber hinterherrennen ist in Wirklichkeit dieses kleine, direkte Reagieren. Mit dieser Note von Mitgefühl. Ja, ja, ja. Er hat ja gerade Stress. Ach, sie hat ja gerade die Prüfung gehabt. Andere bei einer Prüfung haben geschrieben. Das wird schön ausgeblendet. Wir kommen jetzt dazu, was das Richtige ist. Wenn ich sage, lauf nicht hinterher, tu stattdessen das. Nicht ins Mitgefühl abbiegen, wo man um den anderen die Welt sich zurechtzimmert und sagt, hey, versteht das doch. Der hat halt gerade Stress. Und wo ich zu meinen Mädels sage, ja, nein, 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 wir sind immer noch im Kontakt, aber er hat halt gerade Stress. Oder ich das gesagt habe, ja, mein Gott, zu meinem Bruder, komm, wir bleiben noch ein bisschen. Mein Bruder hat gesagt, die steht da hinten mit den fünf Typen rum, als ob sie überhaupt niemanden mehr braucht. Nein, nein, wir hatten diese coole Zeit eben. Komm, komm, komm. Was wir stattdessen brauchen, ist Empathie. Mitgefühl ist, dass ich nett bin, Brücken baue. Empathie ist, in den Kopf von dieser Traumperson reinzuschauen und festzustellen, ach, shit, Mann, ja, ist vorbei, steht nicht mehr auf mich. War halt ein schöner Tanz, war halt ein toller Abend. Wir haben halt die Kuh fliegen lassen. Ja, was habe ich noch gefreut, als er gesagt hat, der ist auch Skorpion. Und wir gesagt haben, boah, du bist Skorpion, wie magisch ist das? Mein Gott, natürlich, da draußen gibt es irgendwie wie viele Millionen Skorpione? Okay, ich weiß, es sind wahrscheinlich 900 Millionen Skorpione da draußen oder 800 Millionen Skorpione. Und ja, heiß getan, kann mal vorkommen. Wir müssen uns selbst rein Wein einschenken und einfach mal ins Gehirn vom anderen ganz kurz rein und sagen, ach, fuck it, ja, ach, Mann, einfach mal, einfach mal, ach, rauslassen diesen Frust und sagen, schade, Mädels, ja, fragt mich nicht mehr nach ihm, weil irgendwie, ach, ich habe mich halt irgendwie verknallt, ich, ich komme runter, ist schon gut. Und ich mag dann gerne, dass ich in dem Moment meiner Empathie helfe, indem ich mir gute Glaubenssätze gebe. Zum Beispiel ein Glaubenssatz ist, hey, ich habe mich einfach einen Abend verknallt, da war mal wieder jemand, der mich einfach so direkt zum Glühen gebracht hat und zum Leuchten gebracht hat. Und danke, dass du Schutzengel mir kurz gezeigt hast, da gibt es noch da draußen Menschen, auf die ich irgendwie stehe und in die ich mich sofort verknalle und dich toll finde und die vielleicht auch ein Traummann oder eine Traumfrau wären. Es gibt sie, ich bleibe dran, vielleicht ist der Nächste dann derjenige, mit dem es besser passt. Ich komme runter und ich gehe in Empathie. Empathie ist da, wo ich verstehe, wie der andere sich wirklich fühlt, und wo ich merke, ich bin drüber, ja, wir haben halt jetzt Text geschrieben, ja, wir haben vielleicht schon, keine Ahnung, was für Bilder hoffentlich ausgeschaut, aber es ist, und ich sage einfach, okay, ach, schade, Mann, da, da komme ich wieder zurück zu mir. Ich habe so ein Bild entwickelt, das ist, wie ich bin auf so einem Ball, auf so einem Ballsaal, so eine riesige Party, es ist wunderschön und die Musik spielt und ihr habt getanzt, ihr habt geredet und alles ist so zum Prickeln und plötzlich ist der andere weg. Und ich renne noch rum, wo ist er, wo ist er? Ich frage seine Freunde, ich frage so, hör auf, lauf nicht hinterher, sondern such diese Tür, wo drüber steht, Ausgang. Und wir sind auf einem Raumschiff, auf einem Raumschiff ist dieser Ballsaal, auf einem wunderschönen, großen Raumschiff, dieser Ballsaal, und du machst die Tür auf und du kommst raus und die Türen fallen zu und die Musik ist vorbei, hörst du nicht mehr verstummt. Du stehst da und hast diese wunderbare Sicht aufs Weltall. Es ist einfach nur still. Du wieder mit dir selbst. Du bist wieder mit dir selbst. Du kommst runter. Okay, danke, dass ich so etwas Schönes erleben konnte. Danke, ich erwarte nicht, dass es hält. Ich erwarte nicht, dass es länger dauert. Und dann stehst du dann still. Und manchmal, und dann passiert diese Magie, die ich total schön finde, und sie ist mir passiert, dann schaust du so ein bisschen rum und dann steht der andere da. Der steht da auch. Warum? Er hat auch diesen tollen Moment gehabt. Er hat auch diesen Highfly gehabt mit dir. Und hat dann festgestellt, aber du warst ein bisschen drüber. Du wolltest ein bisschen zu viel. Und irgendwie, wir sind in dieser sensiblen Zeit da, wo wir alle haben können. Wir wollen nicht das Gefühl haben, dass einer mehr will als wir. Wir wollen nicht das Gefühl haben, dass einer uns bedrängt. In der Zeit, wo wir ständig Auswahl haben, da wollen wir jemanden haben, der ähnlich ist, der passt oder von dem wir ein bisschen mehr wollen. Und deswegen ist auch er einfach mal rausgegangen und steht dann da. Und ich stehe da. Und plötzlich kommen wir ganz entspannt in ein Gespräch. Plötzlich können wir sagen, ach Mensch, nett, wie geht es dir eigentlich? Nicht mehr mit diesem, sondern mit diesem, hey, easy. Und er sagt, oh gut, danke. Zwei Wochen später schreibt er, schreibt sie. In meinem Fall, ich habe losgelassen. Wahnsinn, ich werde es nie vergessen. Ich war so verliebt. Und das Date war so schön und ist so in die Tonne gegangen. Unglaublich, wenn du dabei gewesen wärst. Mein Gott, ich habe irgendwann gesagt, mayday, mayday. Und dann habe ich gesagt, okay, hey, deine S-Bahn fährt doch bald. Ja, die fährt aber erst nach drei, vier Stunden. Ja, vielleicht nicht, dass du zu spät kommst. Und ich habe losgelassen. Ich bin rausgegangen. Ich habe wieder auf die Unendlichkeit geschaut mit innerer Stelle. Und dann sagt sie plötzlich, ach nein, komm, begleit mich noch zur S-Bahn. Und ich so, ja, okay. Und dann stand die S-Bahn. Ich sage, nimm die S-Bahn, weil die fährt gleich los. Nein, 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 bitte begleit mich noch zur Tür. Die steht hier mal ein paar Minuten länger. Und ich war so in meinem Kopf so, Date ist blöd gelaufen. Ich lasse los. Ich war einfach ein guter Buddy. Ich war ein guter Kumpel. Ich habe auf den Modus runtergeschaltet. Und für mich, mein Gott, dann habe ich mich wieder ganz krass verliebt. Hat halt nicht geklappt, aber ich weiß wieder, geil, da draußen geht es, welchen ich mich verlieben kann. Da war ich. Und dann sagt sie, sag mal, warst du schon mal in der in der Stadt? Ich will es die Stadt nicht nennen. Und dann habe ich so, nein, hast du am Sonntag Zeit? Ich zeige dir die. Und ich so, ja, am Sonntag geht es. Und dann gingen die Türen zu. Und ich habe nicht anschließend geschrieben, oh, wie toll, dass es weitergeht. Aber ich habe gesagt, erst mal schauen, ob sie das mit dem Sonntag ernst gemeint hat. Ich war da, wo die Magie uns wieder treffen konnte, weil ich dort war, wo sie war. Ich war dort, wo sie war. Und ich habe darüber viel, viel, viel nachgedacht. Ich habe mich gefragt auch, ist das heute so? Vielleicht denken wir immer, um uns zu verlieben, brauchen wir diesen Knall. Aber in Wirklichkeit brauchen wir nach dem Knall noch einen zweiten Test. Und der zweite Test ist, hey, wer von uns beiden ist eigentlich der, der, wer hat denn von uns die Wertigkeit? Wer ist denn, wer kann dann auch loslassen? Und der, der ein bisschen weniger will, lässt einfach die Luft aus dem Heißlaufballon und fällt hart runter. Und solange du da oben bist, hinterherläufst, du merkst es nicht, durchgestig, durchmach, no chance. Lass die Luft raus, lass einfach los. Komm auch runter, sei empathisch. Ich rede immer vom Spiegeln. Spiegeln findest du in meinem Ex-Zurück-Buch. Spiegeln heißt, dass du dann auch so da sitzt, wenn sie so da sitzt. Spiegeln heißt, dass du, wenn sie einen kleinen Text schreibt, text mir die Profis, das Buch, ich weiß mal ganz kurz, kriege ich das gerade hin, aber das kriege ich jetzt nicht hin, ich lese auch weg. Text mir die Profis findest du in der Beschreibung unten. Dann schreibe ich dir einen kürzeren Text, so wie sie, so wie er. Warte genauso, so wie sie, so wie er. Hab da so ein ganzes Regelwerk. Aber das wahre Spiegeln ist, wenn du die Emotionen vom anderen erwischst. Und wenn du merkst, der taucht jetzt wieder runter. Der geht von der Wolke sieben einfach wieder runter. Nicht sagen, hier war es doch so schön. Du kennst doch die Leute auf der Party, ne? Hey, können wir noch ein bisschen? Hey, DJ, kannst du noch ein bisschen? Hey, Barmann, kannst du noch ein bisschen? Aber du siehst an dem DJ schon Gesicht an, dass der jetzt in zwei Minuten hier raus will, weil er Feierabend hat. Und es ist dieses, die zweite, der zweite Test, ich sehe es wie so der zweite Test, den einer von beiden einläutet. Und der zweite Test ist, kannst du genauso runterkommen? Kannst du genauso loslassen? Kannst du genauso auf Abstand gehen? Weil das brauchen wir heutzutage in einer starken Beziehung. Wir brauchen Intensität, Emotion, Liebe, Erotik, all das. Und wir brauchen genauso. Und ich mache das jetzt so viele Jahre. Ich darf so vielen Paaren zuschauen. Ich habe so viele Paare eingringt. Und hier, das ist der Punkt, wo ich einige, viele verloren habe, weil sie nicht mehr von der Wolke runter wollten. Wenn du es schaffst, lass die Wolke los und besteh dir einen zweiten Test auch. Der zweite Test ist, du kannst auch loslassen. Du kannst auch wieder runterkommen. Du kannst auch wieder cool sein. Du kannst auch verstehen für alle, alle, die ich jetzt anspreche, die werden wissen, was ich meine. Und es ist fast ein bisschen tragisch, dass ich da fast so ein bisschen traurig werde. Aber es ist einfach so, dass du vielleicht Zeiten hattest. Und jeder, den ich jetzt, jeder weiß, was ich damit meine, der, du hattest vielleicht mal Zeiten. Da sind sie dir hinterhergerannt und konnten nicht genug von dir kriegen. Und jetzt hat es sich ein bisschen verändert. Vielleicht mit ein paar Jahren oder mit einer Veränderung oder mit der Familie und sowas. Stolper nicht darüber, dass ein Teil noch gerne es hätte, so leicht wie früher. Sondern lerne einfach dieses Loslassen. Komm in diesen inneren Raum. Wo einfach im Grunde genommen wieder alle Möglichkeiten wie im Universum vor dir stehen. Die Sterne sind weit weg, aber du bist wieder da, wo du für dich in so eine Ruhe kommst. Ich empfehle immer Meditation, Sport, alle möglichen Sachen. Aber eigentlich ist es nur, dass du sagst, dann eben nicht. Und trau dich dann, wenn der andere dann kommt, so ein kleines bisschen sagt, ach Mensch, da bist du ja, auf seiner, auf ihrer Ebene mitzufließen. Und deshalb ist genau das der Titel von diesem Video. Er musste genauso heißen, hör auf ihm oder ihr hinterherzulaufen und tue stattdessen das. Komm mit runter und bestehe den zweiten Test auch. Und sei damit ein Partner, mit dem der andere weiß, ihr könnt durch dick, aber auch durch dünn gehen. Und Traumfrauen, Traumpartner kann man erobern. Ich hätte meine Traumfrau jetzt nie erobert. Nie, wenn ich diese zweite Kurve nicht immer wieder irgendwie hinbekommen habe. Und sei geduldig mit dir, dass es länger dauern darf. Nicht gleich auf Anhieb klappt, dass es länger dauern darf. Dass du das auch hinkriegst. Dass du es auch hinkriegst, einfach Luft rauszulassen, wenn es gerade so schön war, mit hochzufliegen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg dabei. Gerne ein Like ins Video. Gerne den Kanal abonnieren. Und mach die Glocke an, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und natürlich freue dich auf das, was wir noch alles hier produzieren werden, um euch dabei zu helfen, einfach eine glücklichere Liebe zu erleben. An dieser Stelle, ich gehe jetzt gleich auf die Kommentare rein. Text mir die Profis ist das E-Book, was ich empfehlen würde, damit du da nochmal die Regeln besser im Griff hast. Der Kern ist allerdings, dass du innen dort bist, wo es dir leicht fällt. Hier, da, 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 da musst du dort ankommen, wo der andere ist. Und einfach mit runterkommen. Was haben wir die Woche? Wir haben Podcast am Donnerstag wieder. Wir sind zurzeit bei den toxischen Beziehungen. Da geht es jetzt Narzisst mit toxischer Beziehung. Ich nehme ja gerade Zeit, mit den toxischen Beziehungen die verschiedenen Varianten durchzusprechen. Nämlich kommt der Borderliner. Wir hatten ein ganz tolles Video, was eigentlich am Sonntagabend hätte kommen sollen gestern. Und wir haben es erst heute Morgen gebracht. Nämlich das Video, was die ganze Zeit gefehlt hat. Trennung von einem Narzissten. Jetzt. So kannst du es schaffen. Ansonsten schreib Kommentare, stell Fragen. Wir beantworten das. Und vielleicht war das heute Abend oder hier in diesem Video der Baustein, der dir gefehlt hat. Und beim nächsten Mal, wenn dir dein Traumpartner oder ein Traumpartner wieder begegnet, fliegst du mit ab, fliegst du mit runter und hebst wieder ab. Ich würde es mir so für dich wünschen. Von ganzem Herzen. Dann schauen wir noch ganz kurz, was wir für Fragen hatten. Und ich bin total happy, dass heute Abend mal die Technik komplett funktioniert. Das ist echt immer etwas ganz Besonderes, wenn die Technik funktioniert. Deswegen hier noch ganz kurz. Texten wie die Profis. Das war das E-Book. Und bitte für alle, die mir Fragen stellen. Ich habe es vergessen am Anfang zu sagen. Schreib ein Fragezeichen davor, damit ich es einfach schneller sehe. Sollte ich meine Ex-Zurück-Strategie aufgeben, wenn alle Freunde von mir und ihm sagen, es gibt keine Chance mehr und auch, dass er sehr desinteressiert ist, wenn sie ihn auf mich ansprechen? Liebe Fragestellerin an dieser Stelle, Nirma. Das Entscheidende ist für mich, ich war teilweise total, wie soll ich sagen, in meinem eigenen Ding. Ich habe mir manchmal gedacht, ja, 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 ist ja gut. Ich probiere trotzdem meine Strategie. Ich habe es immer probiert. Ich sage es auch in Interviews. Ich habe nie so viel gelernt wie bei meinen Rückeroberungen, weil sie tough sind, weil sie Zeit brauchen, weil du auf die Fresse kriegst, weil was nicht ankommt, eine Aktion in die Hose geht. Und dann lernt man teilweise gezwungenermaßen loslassen. Man wollte es nicht, aber man muss es. Und dann kommt man wieder für nichts aus der Asche raus. Ich habe häufig Leute Lügen gestraft, die gesagt haben, es klappt nicht. Und er hat gesagt, er ist desinteressiert, weil ich meinem Coachie geholfen habe, die Punkte zu drücken, weil er einfach technisch plötzlich besser aufgestellt war, weil er besser solche Sachen wie dieses Video auch hingekriegt hat und dadurch der Expressivität hat, oh, jetzt ist es aber anders. Aber jetzt bei dem schönen Wetter, dann will ich doch noch gerne ein bisschen mit dir fliegen. Das heißt, gib dir eine Zeit, probiere es, steck sie ab und erst wenn du wirklich sagen kannst, ich habe es eine Zeit lang probiert, schnapp dir meinen Ratgeber, zieh das rein. Ich habe so viele Seiten dazu geschrieben, auch die Videos hier oder hol dir auch gerne einfach ein Coaching bei uns. Manche Sachen gehen einfach besser, wenn jemand wie wir das besprechen und gib dir eine Phase, wo du einfach nochmal das wirklich ernsthaft probierst mit allen Kontaktsperren, Aktionen und Selbstaufbauten an dieser Stelle. Und toi, toi, toi. Und dann, wenn du das festgestellt hast, dass du da irgendwie vorwärtskommst, obwohl du dich sogar von einem Experten auch nochmal auf Sachen hingewiesen bekommen hast, wo du blinde Flecken hattest, dann ist erst der Punkt, wo ich einpacke und loslasse. Weil sonst bleibt immer so ein Film zurück, dass du noch etwas hättest probieren können und das nicht getan hast. So, hier schreibt ET, natürlich nicht, aber ich lese mal ET, EB. Hallo, ich bin das erste Mal live dabei. Danke für deine Infos und Tipps von dir. Du motivierst mir immer wieder deine Art und Weise. Das ist wunderbar. Lieber EB oder liebe EB von ganzem, ganzem Herzen. Es ist einfach meine große Passion. Ich liebe das. Ich habe das, ich war schon irgendwie immer der Date-Doktor und deswegen findest du euch jetzt auf allen Kanälen was von mir und solche Dankeschöns, total schön. Ich habe letzte Woche auch eine Mail bekommen, in teametemanalbert.de, kannst du Fragen stellen, aus denen dann teilweise neue Videos entstehen wie dieses hier. Es war eine Frage von euch. Hier irgendwie Strömungsabriss, plötzlich schreibt er nicht mehr, was ist denn da los? Könnt ihr da mal was fragen oder wie man seinen Traum ankriegt? Stellt uns Fragen, teametemanalbert.de und gerne auch Dankeschöns. Ich habe so eine schöne Dankeschön-Mail bekommen. Die Tage freuen mich immer wieder. Manche werden ausgedruckt und hänge ich dann hier auf. Total süß. So, lieber Domi, ich habe leider keine Kontaktspale eingehalten und wir haben uns dreimal getroffen. Jedes Mal kam es zu Berührung und Küssen. Sie sagt, dass sie Zeit braucht, die Chancen 70-30, dass sie zurückkommt. Ei! Dir würde ich wahnsinnig gerne sagen, falls du überhaupt noch da bist, schnapp dir bitte, schnapp dir bitte einen Coach. Ich sage dir, warum. Alle, die so nah dran sind und ich war nah dran. Ach, es gab Küsse und dann gab es wieder keine Küsse. Dann gab es Angebote, die ich hier gar nicht öffentlich sagen kann, auf sexueller Ebene, die ich sogar noch abgelehnt habe von meiner Ex, weil ich gedacht habe, aber sie ist noch mit dem anderen zusammen. Also, du wirst, wenn dir sowas passiert, so brutal durch die Waschmaschine durchgezogen, für alle, die mal surfen gelernt haben und in so eine richtig fiese kleine Welle drin waren, die wissen es, wenn man in der Waschmaschine drin ist. Deswegen wird das Ding auch so genannt. Du wirst einmal durchgedreht, eventuell hast du noch ein bisschen Salzwasser in der Fresse und dann hoffentlich landest du irgendwie am Strand und du weißt nicht, wo dir der Kopf steht. Das ist, wenn du von deinem Ex mehr willst, sie oder er dir Hoffnung macht, durch Küsse, eventuell Sex, sich dann zurückzüglich noch so locker, so Sachen, die reinpresst wie, oh, die Chancen stehen 70-30. Was heißt denn 70-30? 30 ist ganz schön viel zu versauen und 70 ist ganz schön viel dran zu bleiben. Und deswegen, an der Stelle, wenn du das Buch nicht gelesen hast, rat das durch Videos, aber was du teilweise brauchst, ist jemand, der neben dir steht und sagt, stopp, jetzt zurück, Domi. Ab, ab, warten. Nein, ist nicht gut. Diese Nachricht ist keine gute Nachricht, aber die klingt total gut. Ja, für dein verliebtes Herz, wir hatten es auch in diesem Video hier, wir haben diese rosa-rote Brille, wir nehmen alle Herzchen krass wahr und alle kleinen Dämpfer blenden wir aus, weil, Achtung, hast du zugehört, du mit Mitgefühl reagierst und nicht mit Empathie. Und bei dir fehlt irgendein Klick, wahrscheinlich, irgendein Klick, Kommunikation, Einstellung, irgendwas, irgendwas muss Klick machen. Die Chancen müssen die ganze Zeit, Achtung, nicht von Tag zu Tag, das geht nicht, aber über die Wochen in der Tendenz sich verbessern. So, jetzt bleibe ich hier gnadenlos, nach dem Hängen, eine mache ich noch. Ich bin seit drei Wochen wieder mit dem Ex zusammen. Er ist Narzisst. Na, für dich ist mein Video, hast du ihn zurückgewollt oder hat er dich zurückgewollt? Das Video heute mit Trennung von Narzissen, jetzt, so kannst du es schaffen. Ach, Mensch, ich habe noch gar nicht gesagt, was es doch, nächste Woche gibt es die Psychologie der Kontaktsperre, deshalb funktioniert das. Ähm, also, wir haben hier, wenn du sagst, Narzisst, wir haben hier ein Thema, mit Narzissen kann man lernen umzugehen und ich weiß, da hauen mir jetzt reihenweise die Psychotherapeuten auf die Fresse, weil sie sagen, oh, du machst an der Stelle auch Hoffnung, es ist fast hoffnungslos und ich muss sagen, es ist eben nicht so hoffnungslos, aber es ist hoffnungslos, wenn du nicht die Augen krass aufmachst für die Realität, wie der Narzisst wirklich tickt. Ich mache zur Zeit so eine ganz lustige Reihe, jeden Tag fast gibt es irgendwie so eine Minute auf TikTok, wo ich einfach so ziemlich hart über so Narzissen einschenke. Du findest hier Videos, die natürlich alle YouTube-Style ein bisschen Lehrvideo-mäßiger gefasst sind, aber du musst brutal zwischen den Zeilen hinschauen und ich glaube, wir haben auch ein Video dazu, gibt es noch, wie du das auch teilweise hinkriegen kannst, hör dir meinen Podcast auch an, da rede ich, glaube ich, jetzt in der übernächsten Folge darüber, wie du mit Narzissen, weil dort haben wir einfach dann mehr, mehr Muße, kannst du jetzt alles genau anschauen, aber ich habe festgestellt, dass ich teilweise, ist mir gelungen, teilweise, Achtung, nicht immer teilweise, Spoiler-Alert, teilweise, dass ich den Narzisst und die Narzisstin im Griff hatte, wenn es zu krass wird, wirst du so hart runtergerockt, dass du dich nach drei Jahren fragst, wer du bist, das ist wirklich so. Wenn du richtig krass machst, hast du einen mit einer narzisstischen Störung, dann kannst du teilweise noch dagegen gehen, aber du musst die ganze Zeit wissen, für dich wird dein Programm immer sein und ich habe übrigens nichts gegen diese Programme, damit dir gleich Bescheid wisst, das ist keine Verurteilung, sondern ein Teil wird Beziehung sein und ein Teil wird dich sein, wie du im Grunde genommen die ganze Zeit mit den wichtigen Zutaten versuchst und das Video, ich weiß, das kommt noch, wir haben es gerade die Woche, letzte Woche gedreht, wenn du mit einem anderen Teil völlig unromantisch die ganze Zeit darauf achtest, dass hier bestimmte Grenzen gewahrt werden und ich schwöre dir, es ist verdammt schwer, dein Glück ist es, wenn es dir gelingt, dass der Narzisst ein bisschen mehr will, weil dann arbeitet sein Narzissmus für euch, dein Pech ist es, wenn du, dein Pech ist es, wenn du ein bisschen mehr willst, weil dann arbeitet sein Narzissmus gegen dich und alle, die mir so geschrieben haben, wir haben viele geschrieben, weil ich viel über Narzissmus zur Zeit erzähle, die diese Leiden-Stories haben, die haben im Grunde genommen gegen ein fieses Übermuster, weil es einfach so fies ist, gekämpft und haben diesen Kampf häufig verloren und da ist nichts Schlechtes dran, ich selbst bin gegangen. Ich könnte jetzt anfangen, euch von narzisstischen Anekdoten zu erzählen, von Partnerinnen, die einfach, die so krass, so krass da hin und her switchen konnten, da will man gar nicht gewinnen, wenn man das verstanden hat. So, ihr Lieben, hier und jetzt, hier, er, er, sie ändert sich nie, Achtung, liebe Brigitta, es ist nicht mit einer Pauschalantwort gegeben, wenn es darum geht, Achtung, ganz wichtig, bei diesem Video ging es um Erobern von einer neuen Person, da ist das wichtig, einem Ex zurückzurennen, der Narzisst ist, ist etwas sehr, sehr gefährliches, auch hier gibt es kein Schwarz-Weiß, nur alle, die aus einer sehr frustrierenden Beziehung kommen, wie die, die ich gerade beschrieben habe, wo der Narzisst einfach so hart war, dass er dich quasi runtergenockt hat, da gehe ich gerne. Er ändert sich nicht, aber du hast teilweise die Möglichkeit, ihn ein bisschen besser zu fassen und deswegen habe ich nochmal gesagt, auch nochmal mit dieser Warnung, liebe Brigitta, danke, dass du so engagiert bist und hallo und einen wunderschönen Gruß aus Berlin, wo auch immer du und wo ihr alle sitzt, schöne Gruß aus Berlin, es ist dann eben so, ein Teil ist Beziehung und ein Teil ist mit dem Muster umgehen, wenn du das weglässt und nur Beziehung hast, guten Morgen, nein, gute Nacht, also auf gar keinen Fall. So, wir haben nächste Woche die Psychologie der Kontaktsperre, danke für die Likes, danke fürs Einschalten, Zuschauen, nächste Woche haben wir wieder live und an dieser Stelle schreibt gerne Kommentare und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr euch noch das Trennung von Narzissen anschaut, aber wir haben ein ganz anderes Thema, trefft eure Traummänner, Traumfrauen und lernt, wie ihr sie tatsächlich gewinnen könnt. Ich wünsche euch von ganzem Herzen tolle Beziehung, starke Beziehung und freue mich, wenn ich für euch da sein kann. Ich sage das immer wieder, ein ganz großes Herz. Es ist für mich, ich meine es ernst, einfach sauschön, dass ich da sein kann, dass ich mein Wissen teilen kann und deswegen auch alle Dankeschön von euch, kommen immer total an. Eine gute Nacht euch allen und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, ob ich es noch schaffe, irgendwie mit meinem Trailer wieder rauszugehen. Ich schaffe es. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mein Name ist Marl Albert, ich bin Beziehungscoach. Seit Jahren helfe ich Menschen, ihren Ex zurück zu erobern, aus der Friendzone zu kommen oder glücklich ihre Beziehung zu führen.